Hallo und herzlich willkommen zu Simtastik. Ich zeige euch heute, wie ihr einen DJ engagieren könnt. Was ihr dafür alles wissen müsst, findet ihr jetzt hier im Video auf der rechten Seite. Damit ihr jetzt einen DJ engagieren könnt, braucht ihr erst einmal einen DJ-Pult. Dann klickt ihr eben auf dieses Pult drauf, wählt dann jetzt hier Personal einstellen aus und habt dann jetzt hier die Wahl zwischen Profi oder Star-DJ engagieren. Ich sage jetzt einfach mal, ich engagiere einen Star-DJ und schon bekommen wir die Benachrichtigung, dass dieser DJ unterwegs ist und sobald dieser DJ dann da ist, stellt er sich eben an das Pult und macht ein bisschen Stimmung. Ja und schon könnt ihr die Party in vollen Zügen genießen. Ja, das war's dann auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bei Fragen oder Ähnlichem schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!